So Leute, ja, ich melde mich auch mal. Nach 10 Millionen Jahren, wir haben da so eine Sache. Und zwar, mein bester, allerbester Freund Moritz behauptet, wenn man in einen M5, in Forza Horizon 4, geiles Game by the way, einen Lamborghini Motor einbaut, aka einen V10, V2, er dann mehr nach der Realität klingt, als in Forza schon so. Es ist nur das Ding, dass ich der Meinung nicht bin. Deswegen mache ich heute ein Vergleichsvideo. Juhu. Das ist ja auch total das, was meine Community wollte. Ja, Leute, kommt. Es gibt nichts, was man auf YouTube momentan zeigen kann, okay? Ich bin halt faul und inaktiv, mein Gott. Ihr könnt Videos erwarten, okay? Freut euch drauf auf die nächsten tollen, sehr aufwendigen Videos. Let's go. Let's go. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sound. Also, welcher ist realistischer? Welcher kommt am nahesten der, wie gesagt, diesem Realitäts, diesem Realitätsvideo? Äh, ne? Dings! Bums! Findet ihr A oder B besser, beziehungsweise realistischer? Ähm, schreibt es in die Kommentare, sofern diese nicht schon wieder ausgeschaltet sind. Und dann würde ich mich jetzt auch schon damit verabschieden. Ähm, habe ich mich schon für die 2000 Abos bedankt? Ich denke nicht. Vielen Dank für die 2000 Abos. Es ist krass, dass ihr so viele Abos da lasst, obwohl ich so enaktiv bin. Ich verspreche euch, ich höre aber nicht mit YouTube auf, aber ich bin nur enaktiv. Also, tschüss mit ihr, hau rein und, äh, ich habe gar keine Verabschiedung, glaube ich. Ich bin jetzt jedenfalls weg. Und ihr auch. Ciao. Oh, it's... Du stinkst.